Unten rechts, am runden Ding bitte schneller drehen, hier irgendwo muss das runde Ding sein. Ja, endlich gestartet. Die Tour durch die Sender, TDDS 1, auf dem Sender die Weltklarsehen veröffentlicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn die Partei, die neue große Volkspartei zum ersten Mal 5,1 Prozent kriegt. Das ist nicht viel, aber damit muss man im ersten Anlauf mit diesem kleinen Erfolg zufrieden sein, weil nur dadurch die nächsten Schritte ja möglich werden. Bei 5,1 Prozent wird man dann endlich überall diskutiert und dann kann man sehr schnell auf die 56 Prozent klettern, wenn man auf die richtigen externen Reformer gesetzt hat. Und ein Tipp, die Next Scientists for Future haben mittlerweile ja auf ihre Empfehlungen für externe Reformer aufgestockt, auf acht Empfehlungen oder sieben, sieben sind es, glaube ich. Und der neueste Tipp ist, vielleicht mal bei Christian Zimmermann, Arzt, Präsident des Patientenverbandes DE, als externen Reformer anzufragen und zu fragen, ob er nicht mal in den Online-Sendungen seine Gesundheitsreformvorstellungen mit einbringen möchte, damit wir dann mal verschiedene Konzeptionen zur Gesundheitsreform hören können. Denn die Gesundheitsreform ist ja ganz zentral, denn durch die Missstände im Gesundheitswesen ist ja der Schweinesgrippe-Skandal und das Corona-Phänomen ja überhaupt erst zu erklären. Deswegen wird also, wenn wir nie wieder Schweinegrippe wollen, nie wieder Corona, dann gibt es nur eins. Also die erste Reform muss die Gesundheitsreform sein. Und die zweite muss die Demokratiereform sein. Auf die komme ich gleich nochmal. Auf der Homepage haben Sie den ersten oberen Link. Da steht dann irgendwie Live-Ticker zum Anklicken oder so. Und dann landen Sie hier und dann sehen Sie hier, hier Live-Ticker ist nochmal rot gekennzeichnet. Und dann hier, da ist endlich der erste Teil. TDDS 1, Tour durch die Sender, auf dem Sender die Welt klar sehen. Nach dem Sender können Sie auch googeln und dann haben Sie sofort den Sender. Können aber auch direkt hier auf Teil 1 und 2 klicken, damit man besser versteht. Vorbereiten und parallel schauen, also falls Sie die anderen Sendungen noch nicht geschaut haben. Denn hier prallen jetzt zwei externe Reformer von sieben externen vorgeschlagenen Reformern aufeinander. Genau genommen vier. Zwei werden allerdings nur berichtet und kommentiert. Und zwei davon sind live vorhanden und prallen aufeinander. Und manches wird, weil dann ja die Zeit auch immer sehr knapp ist für die Redner, ist es so, dass man besser vorbereitet diese hier, wenn man hier drauf klickt, besser dann schon die anderen drei Sendungen über Gesundheitsreform, Bildungsreform, Sozialreform usw. gesehen hat. Und dazu passend sage ich jetzt auch gleich nochmal, was das Zentrale ja ist. Also wirklich die größte Gefahr für unsere Gesellschaft und für die spätrömische Dekadenz sind tatsächlich die vorteilbringenden Irrtümer, die Killerviren des Geistes, die sozusagen parasitären Meme, der Sparten Soziales und NGOs. Denn diese verwandeln unsere Köpfe. Also natürlich das zweitgefährlichste ist, das sind die vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer der Gesundheitssparten, denn die haben uns jetzt ein beispielloses Drama beschert, gegen das das Drama des Schweinegrippenskandals ja gar nichts war. Und da ist eben der Punkt folgende, die Sparten Soziales und NGOs, die sind die eigentlichen Zerstörer unserer Welt, weil die uns alle bestimmte Viren des Geistes uns damit infiziert haben, unsere Köpfe. Dass wir also denken, sozusagen solche unsozialen Dinge wie Mindestlohn, Tariflohn und Gewerkschaften, die dafür zugeführt haben, dass wir drei Millionen Dauerarbeitslose in Deutschland haben. Diese hochunsoziale Politik haben uns die vorteilbringenden Irrtümer, die Killerviren des Geistes, der Sparte des Sozialen hat uns solche Irrtümer beigebracht. Und außerdem kommen dann noch so vorteilbringende Irrtümer dazu wie, naja, es reicht, wenn man im Sessel sitzen bleibt, die Arbeitslosen werden schon selber wieder Arbeit finden. Das ist sozusagen der vorteilbringende Irrtum, der zum Beispiel die Arbeitsmitarbeiter zur Verweigerung echter Hilfe für die Arbeitslosen bewegt hat. Also das heißt, wir haben, und dann kommt noch dazu, dass wir ja als vorteilbringenden Irrtum dann noch im Arbeitsamt haben, ja, dann müssen wir doch den Leuten, müssen wir doch, damit sie nicht verhungern, weil es ja angeblich alles so teuer ist. In Wirklichkeit ist es ein gesundes Essen total spottbillig, ja, 30 bis 50 Euro im Monat und für kerngesunde Ernährung. Alles, was krank macht, ist x-fach teurer. Also wenn Sie irgendwas, was krank macht, kauft, zahlen Sie fast den dreifachen, vierfachen Preis dessen, was gesunde Produkte kosten. Ich denke nur letztens an den Kohl, den ich gekauft habe. Für 49 Cent habe ich zugenommen. Also habe ich mehr gegessen, als ich brauchte für 49 Cent. Wenn man die bisschen, das in kleinen Schuss Öl und ein bisschen Gewürz dazu nimmt, dann war ich da bei, vielleicht müsste man auch noch ein ganz bisschen Strom dazu rechnen, aber das ist ja in der Stromrechnung mit drin. Da komme ich dann also quasi auf 60 Cent und nehme zu und habe eine kerngesunde Ernährung, ja. Und wenn ich jeden Tag etwas anderes Gesundes esse, dann habe ich auch die ganze Vielfalt allen Gesunden. Aber der sehr vorteilbringende Irrtümer des Arbeitsamtes ist natürlich ganz klar, die Leute verhungern uns, wenn wir ihnen nicht ein ganz hohes Hartz IV oder gar ein bedingungsloses Grundeinkommen in großer Höhe geben und ihnen dazu noch kostenlose Kleidung aus den Kleiderkammern gehen, kostenlose Tafeln, wo sie mit Nahrung überschüttet werden und so weiter. Und all das, dass wir ihnen erlauben, im Müll zu wühlen, zu Containern, in Mülltonnen zu wühlen und so weiter. Und natürlich müssen wir den Leuten erlauben, als Obdachlose zu leben und eben kein Recht auf eine Wohnung und verbunden mit der Pflicht zur Wohnung einzuführen. Nein, das müssen wir alles nicht tun. Ja, und das führt eben alles zusammen. Also alles zusammen. Und wenn jetzt dann noch die vorteilbringenden Irrtümer der Sparte NGOs dazukommen, die sagen, nein, ihr müsst also euch um den Nachbarn zu kümmern und hier die Wähler vor Ort ist unwichtig, ihr müsst euch um die ganze Welt kümmern, ihr müsst euch um die Erde kümmern, die Eisbären, die Pandas, die Tiere und dafür müsst ihr spenden. Und dann und dadurch wird Deutschland immer ärmer, weil es spendet für die ganze Welt, anstatt sozusagen sich erst mal darum zu kümmern, dass Deutschland ein gesundes und glückliches Land wird sozusagen. Also und das alles und dadurch verdienen die Geschäftsführer der NGOs, haben natürlich dadurch fürstliche Gehälter. Also wenn man das also sieht, die ganze Summe dieser vorteilbringenden Irrtümer, einerseits Mindestlohn, Tariflohn und Gewerkschaften, anstatt dass das alles sofort abgeschafft wird und das eingespart wird, werden dadurch drei Millionen Menschen in der Dauerarbeitslosigkeit festgehalten und unzählige in der Dauerobdachlosigkeit festgehalten und durch die vorteilbringenden Irrtümer den Arbeitslosen nicht wirklich helfen und die Arbeitslosen verwöhnen, werden sie nochmal festgehalten in der Dauerarbeitslosigkeit und in der Erlaubnis, im Müll zu wühlen, zu Containern und so weiter und dann in den kostenlosen Tafeln und Kleiderkammern und so weiter, wo man überschüttet wird mit geldwerten Gütern sozusagen. Mit dieser Verwöhnung hält man also sich drei Millionen, halten sich die Sparten Soziales, letztendlich drei Millionen Dauerarbeitslose und ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Dauerobdachlose und das ist doch kein Sozialstaat, das ist doch keine linke Politik, das ist doch keine gute, bessere SPD, das ist doch schlechteste SPD überhaupt. Und ja, von daher, also, aber das habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, also, dass wir als Tipp eben geben, Christian Zimmermann mal anzufragen, ob er nicht Lust hat, als externer Reformer mit dieser Partei zu helfen. Aber was ganz klar ist, dieser Partei fehlt noch der große Promi. Diese Partei ist jetzt von der Reformkompetenz und damit der Chance, auf ein brillantes Parteiprogramm mit Chance auf 56 Prozent, ist die Partei sehr gut aufgestellt. Natürlich vorausgesetzt, dass die Parteibasis aus lauter klugen Leuten besteht, die dann auch sozusagen oder aus einem repräsentativen Wähler durch Querschnitt sozusagen der Bevölkerung besteht, sodass dann auch sich sozusagen überwiegend, großen Teils mindestens in diesem gesamten Mischmasch sozusagen der Reformen, am Ende sich wenigstens viele der Reformenkonzepte der nextscientistforfuture.de befinden. Dann ist diese Partei total stark aufgestellt, aber die Promis fehlen. Also die Promis für die großen Klickzahlen fehlen. Es fehlt also ein prominenter Kanzlerkandidat. Deswegen, liebe Zuschauer, die wenigen, die alles bis zu Ende schauen, bitte machen Sie sich auch auf die Suche nach prominenten Persönlichkeiten. Sprechen Sie an, wen Sie können, ob er nicht hier Kanzlerkandidat werden möchte bei der besten Partei der Welt sozusagen. Und ja, das ist der Punkt. Die Basis und wir 2020.eu haben gute Promis, aber machen nichts daraus und haben null Programm im Prinzip. Also ein bedeutungsloses, unwählbares Programm bisher. Und es geschieht nichts. Es waren zwar viele netto-telefonische Vorgespräche, aber diesen Vorgesprächen folgte irgendwie nicht die richtige Kooperation mit externen Reformern. Sogar die Parteibewegung Blau, der Chef, der hatte eine Riesenliste an Experten vorbereitet und da steht kein einziger externer Experte oder Reformer drin. Ja, also das ist, äh, es ist, äh, also, äh, ja. Ja, von daher. Und dann noch jetzt mal zur Frage der Demokratie. Die Bürgerparlamente, Bürgerräte, geloste Bürgerräte, dieses, äh, ja, also dieses, dieses Meme, könnte man das nennen, dieses parasitäre Meme, das durch die ganze Welt geistert, im Moment so, ich glaube, Soziokratie ist auch so ein Stichwort, das in diese Gruppe, Richtung gehört. Äh, das Problem ist erst einmal, Economy for Mankind hat ja ganz klar gesagt, der Vorteil wäre gerade, dass die Bürgerparlamente sich rekrutieren aus freiwillig sich meldenden Bürgern. Da wird man also regiert von Leuten wie zum Beispiel Nazis oder linkskriminellen, linkskriminellen, linksextremisten, die natürlich dann sich jeder, also alle melden werden als freiwillige Bürgerparlaments-Teilnehmer sozusagen. Äh, 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 von denen werden wir dann regiert. Ja, oder, oder von, äh, von Arbeitslosen, die natürlich nur einen Programmpunkt, äh, haben werden, mehr Geld für Arbeitslose, ne? Von denen werden wir dann regiert. Also ich glaube, äh, das geht gar nicht. Also Bürgerparlamente sind überhaupt nur diskutierbar, wenn es sich um repräsentative Wählerstichproben zusammengestellt vom Bundeswahlleiter Wiesbaden sozusagen handelt, sodass also auch wirklich der ganze Querschnitt der Gesellschaft zwangsweise enthalten ist in solch einem Bürgerparlament. Wenn da nur eine Bevölkerungsgruppe fehlt, machen die, äh, die anderen ja quasi Politik gegen die fehlende Bevölkerungsgruppe, ne? Und, äh, ob man das dann durchsetzen wird können, dass also Bürger raus, zwangsweise vielleicht am Ende sogar rausgerissen werden aus ihrem Beruf, was sie gar nicht wollen, nur um dann einen Monat Deutschland mitzuregieren, ja? Also das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wir sind nun mal eine arbeitsteilige Gesellschaft und wollen ja auch den Vorteil einer Arbeitsteilung nutzen. Und deswegen ist es so, was macht unser Vorwahlensystem? Also das von den Next Scientists for Future, die haben zwar im Moment diskutieren über zwei größere Modelle, das Vorwahlenmodell und die, die auf der Homepage finden sie ja etwas ausführlicher, die Wohlfühlstimmen-Demokratisierungsreform, ja? Da können Sie das nachlesen, aber über die Vorwahlen lest man nicht so viel oder ist nicht so leicht ranzukommen. Da ist es eben so, ähm, dass, äh, äh, sozusagen, das, was wir hier in den Sendungen gemacht haben, in der Tour durch die Sender TDS 1, ja? Was wir da gemacht haben, nämlich, dass externe Reformer sich argumentativ auseinandersetzen und Argumente, sich mit Argumenten kontrageben, sachlich kontrageben, das soll ja in den Bürgerparlamenten, Bürgerräten ja auch durch die externen Reformer, externen Experten ja geschehen, damit eben die Bürger, äh, Parlamente nicht ratlos sind, sozusagen. Und, äh, und die Bürger, die, die Vorwahlen, das Vorwahlensystem der nextscientistsforfuture.de unterscheidet sich nur an einem Punkt darin, nämlich, dass die externen Reformer selbst zur Wahl stehen und quasi Mini-Bürgerräte, nö, oder so Mini sind die dann gar nicht, das sind ja auch 500 Leute in den Bürgerhäusern, also Bürgerräte, quasi Bürgerparlamente, direkt quasi als Kanzlerkandidaten oder Ministerpräsidentenkandidaten oder Bürgermeisterkandidaten, direkt die Leute wählen, quasi in Vorwahlen. Repräsentative Bürgerräte, Bürgerparlamente wählen im Rahmen von Vorwahlen sozusagen äh, unter den bisher externen Reformen sich Kanzlerkandidaten. Also Sie merken, es ist eigentlich sehr ähnlich, nicht das Konzept. Es ist also quasi, immer geht es darum, dass am Ende externe Reformer gehört werden und damit Kompetenz in die Politik reinkommt und bei dem Wohlfühlstimmenmodell werden die jetzigen Politiker zehnfach stärker motiviert, die externen Berater, die externen Reformer, wie zum Beispiel Bagdi Wodak und Schiffmann zusätzlich zu, äh, zu Drostenwieler und Lauterbach dazu zu holen. Diese Motivation wird durch die Wohlfühlstimme erzeugt. Außerdem beendet die Wohlfühlstimme sofort den Lobbyismus, denn da, da die Konzerne ihre Verdienstzuschüsse nur noch bekommen anhand der Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter und der Bürger der Region, würde eine Lobbyistengesteuerte oder durch Lobbyisten bewirkte gesetzliche Entscheidung, die gegen die Kunden und gegen die Bürger der Region wirkt und Profite auf Kosten der Bürger der Region für die Unternehmen erzeugt, ja bedeuten, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet. Man bezahlt also teuer Lobbyisten, damit die etwas bewirken und aufgrund der Wirkung desselben kriegt man weniger Verdienstzuschüsse vom Staat und geht dann pleite, sozusagen, weil diese Verdienstzuschüsse wesentlich höher gewesen wären als das, was man verliert. Also, dieser Verlust der Verdienstzuschüsse ist wesentlich schädlicher als das, was man durch die Lobbyarbeit gewinnt. Ja, denn genauso hoch werden ja die Verdienstzuschüsse sein, dass es immer ein Totalverlust darstellt, ein größerer Verlust darstellt und dadurch wird ja Lobbyismus sofort vom ersten Tag nach der Einführung der Wohlfühlstimme gehört das Lobbyismus sofort der Geschichte an. Ja, also, ja, damit ist doch wieder mal alles, glaube ich, gesagt und ich hoffe, dass YouTube jetzt auch das Bild so richtig schön erkennt. Ja, tschüssi bis bald und tun Sie was, suchen Sie einen prominenten Kanzlerkandidat für die beste Partei der Welt. Ja, denn im Moment sieht es so aus, die Basis und wir 2020 EU verfügen über noch keine Reformkompetenz, ausschließlich wir2020.de verfügt über die Reformkompetenz. Die EU denen fehlt jetzt nur ein kompetenter Kanzlerkandidatin, Kandidatin, ja, für diese neue tausendmal bessere SPD, die also quasi die alte schlecht gewordene SPD ersetzen muss, weil die, warum ist die SPD, die alte SPD so schlecht geworden? Weil sie eben voll ist, wahrscheinlich hat sie zu viele Mitglieder aus den Sparten Soziales und NGOs aufgenommen, ist dadurch quasi unbemerkt unterwandert worden und ist infiziert worden mit diesen Killerviren des Geistes, diesen vorteilbringenden Irrtümern und parasitären Memen der Sozialspartler und der Sparte der NGOs und dadurch sind sie völlig daneben und verwirrt und haben unsoziale Politik gemacht, Pseudolinke und Pseudosoziale Politik gemacht und diese neue SPD muss dann zusammen mit den Grünen und der CDU sozusagen den Staat wieder richtig reparieren und eben am Ende mit 56% auch dann mal alleine regieren, um dann wirklich alles umsetzen zu können. Tschüssi, bis bald, tut was.